Herzlich Willkommen zurück zu Mist Survival. Ich hoffe ihr hattet alle einen angenehmen Tag und seid bereit für eine kurze Info. Und zwar gibt es seit gestern Abend um 19 Uhr ca. das neue Update, die 0.2.0. So, die ist raus seit gestern. Nicht, dass ich etwa gesagt hätte, ich könnte damit noch einen Moment warten. Also es gibt hier neue Sachen. Ich habe euch das, es gibt Englisch suchen können. Und wir gucken natürlich auch gleich ins Spiel rein und gucken uns das an, was alles neu gekommen ist. Er hatte geschrieben, also hier oben steht auch, dass das jetzt mit dem alten wohl mit meinem Spiel stand. Also wir brauchen nicht neu anfangen, laut dem hier. Aber ich bin mir da nicht so sicher, Leute. Okay, also den mache ich zu. Zack, der ist weg. Okay, das ist die Übersetzung. Von Google Übersetzer. Ihr wisst, da ist nicht so wirklich alles so, wie es sein soll. Okay. Es gibt jetzt. Hier steht es auch noch mal. Es ist kompatibel mit unserem alten Spielstand. Ähm, man kann jetzt ein paar Sachen kombinieren, was wir aus der Mine rauskriegen. Ähm, so, Munition ist bald, äh, implantiert. Das heißt, es ist bald vorhanden. Ähm, es gibt jetzt Spiefelerz, Salpetererz, Zinkerz, Zinkbarren, Spiefelpulver, Salpeterpulver, Mörser, Entstöße, eine, äh, Granatenfragmente, was auch immer das heißt. Ähm, militärische Komponentenbox. Hm. Keine Ahnung, wo wir das nun wieder herkriegen. Äh, zukünftige Updates. Per se. Ja, das ist nämlich dieser große, den ich nicht haben möchte. Naja. Achtung, sagt man ja, ne. Okay, ähm. Momentan gibt es keine. Also könnt ihr ein bisschen bei mir. Müssen wir gucken. Braucht noch ein bisschen Balancearbeit. Du kannst also ein bisschen ansprechen. Was? Kein Plan. Wenn du dich angst, kann ich es feststellen. Abrecht. Gegen kämpfen. Also, ganz ehrlich, ich möchte nicht gegen diesen kämpfen. Der ist echt bies und groß und stark und überhaupt. Ähm, so. Okay. Dann haben sie, äh, ja, na, die Ärzte sind dazu gekommen. Hatten wir ja schon gesagt eben. Äh, Zinks, Salpeter und Schwefel. Dann neues Auto ist da. Ich bin gespannt. Bank und äh, kein Plan, was sie damit meinen. Äh, Spawn nach dem Plan. Man spawnt im Auto nach dem Land. Wieso? Egal. Ähm, jetzt können wohl die Autos auch zerstört werden. Das haben sie jetzt wohl gefixt. Der Boden, äh, der Bogen, nicht der Boden. Der Bogen verschwindet beim Ziehen nicht mehr. Und das Jagd wäre wohl auch nicht. Okay, ähm, dann sind wir mal gespannt. Da ist das Spiel. Und ich würde sagen, es geht gleich weit her im Text. So, ich drücke mal gucken. So? Lassen wir doch da rein. Bin da spielen. Ähm. Okay, jetzt muss ich mal in die Trafik auf. Also. Oh. Okay. Ähm. Okay, 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 okay. Gut. Dann gucken wir erstmal hier, ähm, bei I. die da ein neues zugekriegt haben. Warte. Also hier, das ist das Gleiche. Das ist geblieben. Oh, er hat das günstiger gemacht. Das ist sehr schön. Jetzt brauchen wir uns noch acht Blätter. Jetzt, wo ich mir schon die Seile gemacht habe gestern. Aber naja. Ähm, jetzt brauchen wir noch acht Blätter. Und sechsmal Rindel. Hey. Okay. Okay. Dann. Okay, das bleibt. Das bleibt auch. Hier ist der Schlafsack. Aber ja, das ist die Medizin. Die ist auch geblieben. Ach, hier, guck mal. Hier ist der Mörser. Dann müssen wir gucken, wo wir den herstellen können. Dann können wir das machen. Oh, wir können Schießpulver. Oh, wir können die Kohle verwenden. Oh. Cool. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir das Schießpulver nämlich selber herstellen. Okay, müssen wir gucken, wo wir Salpeter herkriegen und das andere rum. Das kriegen wir auch noch raus. Okay, das war das. Was haben wir denn hier ein neues? Ähm, da nix. Ähm, da auch nix. Okay. Hier auch nix. Ähm, das ist alles gleich geblieben. Die. Die. Das ist die Reparaturbank. Die hatten wir schon. Und das. Da bauen wir. Da bauen wir ja die Munition. So dran. Die sieht anders aus. Gleich. Raus ist geblieben. Zaun ist geblieben. Hühnerstall ist. Kühlschränke sind geblieben. Okay. Das ist auch geblieben. Da ist nix Neues zugekommen. Genauso wie hier. Das auch. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir den schon hatten, aber ich glaub, den hatten wir. Den hatten wir, glaub ich, auch, ne? Ja, genau. Da haben wir uns dazwischen den bei. Okay, und das ist auch geblieben. Die Falle kann ich immer noch nicht. Okay. Ähm, dann gucken wir mal hoch. Ähm, hallo. Gehst du falsch hoch? Hm? Das ist aber nicht schön. Hier sieht alles aus jetzt. Das. Gut, ähm, was müssen wir, was müssen wir machen? Wir müssen sie einmal aufwerten. Ohne alles? Wo ist denn eigentlich unser Mann? Der junge Mannmann. Was brauchen wir? Also, abkriegen können wir es auch. Und da brauchen wir schon so ein komisches Ding da hinten. So ein Paket. Wie nehmen wir denn das jetzt her? Ich weiß es nicht. Okay, ähm, das ist geblieben, die Munition. Okay, das ist die Handgranate. Dazu müssen wir es erst auch abkriegen. Okay. Gehen wir hier drüben. Dann kriegen wir da vielleicht das Paket. Hier ist geblieben. Das ist auch geblieben. Das ist... Oh, nee, guck mal hier. Jetzt haben wir so ein Feuerball. Okay. Da brauchen wir das dazu. Oh Gott, oh Gott. Und ich habe jetzt gerade die Pfeile hier oben fertig gemacht, Alter. Oh, oh, oh. Ähm, und wir brauchen da Öl zu. Okay. Da ist es geblieben. Da ist es geblieben. Die Lampe ist geblieben. Okay. Können wir es noch abdehnen, oder? Jetzt auf Maxi. Okay. Äh. Was ist hier? Was ist denn mein... Mein Chibi? Mein Chibi ist weg. Hä? Okay, das ist geblieben, ist klar. Dann können wir... Da konnten wir eh bloß reparieren. Okay. Ähm, der Ofen ist leider... Kann ich den jetzt bewegen? Nein. Ich muss mit diesem Ofen im Schlafzimmer leben. Naja. Okay. Ähm. Können wir hier was Neues? Da ist er. Okay. Wir brauchen acht Steine. Dann haben wir schon mal den hier. Das ist... Oh, wir können jetzt selber das hier herstellen und das herstellen. Das ist weniger geworden, oder? Hat er das Gefühl? Ja. Naja. Okay. Eine Axt ist klar. Spitzack. Ich brauche immer noch zehn so Dinger. Ja. Das hat sich auch nicht geändert. Okay. Also, da ist der Mörser zugekommen. Okay. Oh. Guckt euch dieses an. Oh. Ist er nicht hübsch? Ist er nicht... Okay. Also, der sieht schick aus auf jeden Fall. Oh. Und wir haben Armaturen. Leute. Wir haben eine Armature im Auto. Ist das toll. Okay. Das sieht ja wohl mal richtig edel aus. Ja. Ihr Lieben. Ich würde sagen, das war diese kurze... Das kurze... Das kurze Info. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie es weitergeht, werdet ihr morgen sehen. Weil ich muss jetzt erst mal zur Arbeit. Und heute Abend spät werde ich spielen. Das Spiel werde es für euch aufnehmen. Mal gucken, wo ich überall hinfahre. Vielleicht fahre ich zur Miene und gucke mir das an. Näh. Ich weiß noch nicht. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Alles klar, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis da. Bye.